Wie schnell ist eigentlich euer Internetanschluss, eure DSL-Dose, euer Internet zu Hause oder am Arbeitsplatz, wenn ihr vielleicht auch zu Hause im Homeoffice arbeitet? Habt ihr das schon mal herausgefunden? Habt ihr das schon mal nachgeguckt? Oder geht ihr da immer nach dem Bauchgefühl, passt schon, ist schnell oder ist irgendwie total langsam? Habt ihr schon mal nachgeguckt oder nicht? Ihr solltet das nachgucken, denn es ist ja ganz wichtig zu wissen, wie viel Daten kann man eigentlich übertragen über den DSL-Anschluss, über den Breitbandanschluss zu Hause und hat das was zu tun mit den Angaben, die der Provider, der Anbieter macht und wofür ihr auch jeden Monat Geld bezahlt? Klafft da eine riesige Lücke oder bekommt ihr das, wofür ihr Geld bezahlt? Das ist wichtig zu wissen, denn wenn ihr nicht genügend Tempo angeboten bekommt, aber dafür bezahlt, dann müsst ihr eigentlich gar nicht so viel bezahlen. Ihr könnt Geld zurückfordern, aber das mal erst mal nochmal später erzählt. Heute zeige ich euch also, wie ihr ganz genau herausfinden könnt, wie schnell eure Datenleitung zu Hause oder am Arbeitsplatz ist, wie ihr das wirklich gut und präzise herausfinden könnt und warum das auch so wichtig ist. Jetzt geht's los! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Netzkenner. Wenn ihr zum ersten Mal da seid, hallo, schön, dass ihr hierhin gefunden habt. Wenn ihr schon öfter hier wart, auch herzliches Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, es lohnt sich. Gleich vorweg die Bitte wie immer, wenn euch das hier gefällt, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben, ein Abo selbstverständlich und kommentiert auch fleißig, denn zum einen weiß ich dann, was ihr denkt und was euch gefällt. Zum anderen weiß das auch der Algorithmus. Und wenn das hier vielen gefällt, bekommen es mehr Menschen zu sehen, dank Algorithmus. Und das ist gut für uns alle. So, ihr seid hier, weil ihr wissen wollt, wie ihr herausfinden könnt, wie schnell eigentlich eure DSL oder Internetanbindung zu Hause ist. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es geht ja nicht darum, dass man PS unter der Motorhaube hat und kann das irgendwie Freunden davon erzählen. Nein, es geht ja darum, dass man wirklich schnell Daten herauf- und herunterladen kann, dass es nicht ruckelt beim Netflixen oder beim Anschauen der Mediathek, dass möglichst auch zwei, drei, vier Leute im Haushalt gleichzeitig online gehen können, ohne dass es zur Qual wird. Und bei einigen und bei vielen Leuten sogar wird das leider zur Qual, denn Deutschland ist, was das anbelangt, alles andere als gut aufgestellt. Und das kann man auch belegen. Der Anbieter speedtest.net, das ist eine Firma, die weltweit darauf spezialisiert ist, das Datentempo, das Durchschnittliche auch, zu ermitteln. Die haben eine Statistik herausgebracht, gerade erst, und da kann man sehen, Deutschland ist weltweit, also bei allen Ländern, die Speedtest untersucht, auf Platz 49. 77 Megabit im Download im Durchschnitt in Deutschland. Platz 49. Jetzt könnte man sagen, naja, 77 Megabit ist doch cool. Wenn man weniger hat, erscheint einem das richtig viel. Aber bitte nicht vergessen, wenn man alleine unterwegs ist, okay, aber wenn man jetzt einen Haushalt hat und man muss sich das durch drei, vier, fünf teilen, dann sieht das schon wieder gar nicht so gut aus. Aber Deutschland, Platz 49. Die Frage ist, steht das wirklich im Verhältnis zur Tatsache, dass wir ein reiches Industrieland sind, eine stolze Wirtschaftsnation? Meiner Ansicht nach überhaupt nicht. Und da können wir uns an die Politik wenden und uns dort bedanken. Die haben es seit Jahren nicht geschafft, für einen vernünftigen Ausbau zu sorgen und die nötigen Anreize zu schaffen, dass eine vernünftige Infrastruktur da ist, und zwar bis eben in die Haushalte. Das sieht sehr bescheiden aus. Auf Platz 1 ist Singapur mit 220 Megabit pro Sekunde im Durchschnitt. Das müsst ihr euch mal vorstellen, im Durchschnitt 220 Megabit. Singapur, Stadt, Staat, klar, etwas einfacher auf eine gewisse Art und Weise, da natürlich sowas durchzubringen. Aber die haben eben geschlossen gesagt, wir wollen hier für Digitalisierung sorgen und es ist ihnen gelungen. Es klafft also eine gigantische Lücke. Singapur, Platz 1, Deutschland, Platz 49. Dazwischen viele, viele Länder, von denen man nicht glauben würde, dass sie uns da weit voraus sind. Aber es sind viele Länder, hier könnt ihr das sehen, die deutlich schnelleres Datentempo haben als wir, und zwar im Durchschnitt. Was sagt uns das? Wir sind schlecht aufgestellt, gar keine Frage. Was wollen wir wissen? Wie gut sind wir denn persönlich aufgestellt? Und darum geht es ja heute herauszufinden, wie schnell ist eigentlich meine Datenleitung. Aber wie kann man herausfinden, wie schnell die Datenleitung ist? Ihr wisst es im Grunde genommen natürlich. Es gibt viele, viele Anbieter im Netz. Telekom, Vodafone, andere Anbieter, Kabeldienste, aber auch anscheinend unabhängige Dienste, die bieten die Möglichkeit an, über den Browser zum Beispiel das Datentempo zu messen. Ist schon mal eine ganz gute Grundlage. Kann man machen, aber würde ich nicht unbedingt zu raten. Denn wer kann schon voraussagen, ob der Dienst, den ihr da benutzt, Speedtest ist eine Ausnahme. Speedtest ist wirklich super aufgestellt. Haben auch selber Server, die schnell sind. Da kann man also sicher sein oder ziemlich sicher sein, dass man da ein ganz gutes Ergebnis bekommt. Aber wer will dir garantieren, dass wenn du einen Telekom-Anschluss hast und misst, dass bei Vodafone nicht vielleicht da so getan wird, als wäre es schlechter. Ist keine Unterstellung, ist nur eine Möglichkeit. Und umgekehrt. Also es ist immer besser, etwas untersuchen zu lassen von einer unabhängigen Stelle. Und die gibt es tatsächlich. Und die nennt sich Breitbandmessung. Breitbandmessung ist ein Service der Bundesnetzagentur und gibt es seit 2016. Ihr könnt mit Breitbandmessung kostenlos, unverbindlich, jederzeit und so oft ihr wollt, das Breitbandtempo, also das Tempo, das Datentempo an eurem Internetanschluss messen und ermitteln lassen. Und damit tut ihr nicht nur euch einen Gefallen, wenn ihr das über Breitbandmessung macht, sondern auch der Bundesnetzagentur. Denn sie ist stark daran interessiert, zu erfahren und zu wissen, wie gut Deutschland tatsächlich aufgestellt ist in Sachen Datentempo und nicht nur regional, sondern auch welcher Provider. Wenn ihr die Breitbandmessung benutzt, könnt ihr nämlich sagen, wie zufrieden ihr seid, wo ihr wohnt. Und ihr könnt auch sagen, bei welchem Provider ihr seid. Alles freiwillig. Und dann kann auf diese Art und Weise Breitbandmessung die Bundesnetzagentur auch erfahren, wie gut die Anschlüsse tatsächlich sind. Und davon wird auch stark Gebrauch gemacht. Im vergangenen Jahr wurden rund, 500.000 Messungen vorgenommen mit Breitbandmessung. 500.000, das ist eine stolze Zahl und führt natürlich auch dazu, dass man ganz solides Datenmaterial an die Bundesnetzagentur liefert. Und die kann deswegen ganz gut sich ein Bild davon machen, wie es aussieht an deutschen DSL-Dosen. So im übertragenen Sinne. Und wie sieht es denn aus? So, jetzt kommen ein paar Zahlen. Man kann die genaue Statistik bei Breitbandmessung abrufen, aber ein paar Zahlen sind interessant. Jeder fünfte Deutsche hat nicht mal die Hälfte des versprochenen Datentempos. Über 20 Prozent. Nicht mal die Hälfte deutlich darunter. Das ist natürlich bitter. Rund 80 Prozent haben mindestens die Hälfte bis zum versprochenen Datentempo. 80 Prozent. Aber zwischen der Hälfte und dem versprochenen Datentempo, da liegen natürlich Welten. Wenn man 100 Megabit pro Sekunde bezahlt, bekommt man nur 50. Gehört man zu den 80 Prozent, aber ist man deswegen zufrieden? Nein, natürlich nicht. 38 Prozent der Messungen, die mit Breitbandmessung durchgeführt wurden, belegen, dass tatsächlich das versprochene Datentempo erreicht wurde. Das war das Jahr davor noch weniger. Das heißt, es ist ein bisschen besser geworden. Aber gerade mal ein Drittel bekommt tatsächlich das Tempo, das bezahlt wird. Und zwei Drittel bekommen das Datentempo nicht, das versprochen wird und für das bezahlt wird. Und das ist wichtig zu wissen, denn seit 1. Dezember 2021 stehen euch grundsätzlich auch mehr Rechte zur Verfügung, Wenn der Breitbandanbieter, den ihr benutzt, nicht das Datentempo liefert, über eine längere Zeit und einem erkläglichen Ausmaß, das eigentlich versprochen ist, und dafür, dass ihr auch bezahlt, könnt ihr den Preis mindern. Und zwar durchaus in deutlicher Höhe. Dazu später mehr. Aber deswegen ist es so wichtig zu wissen, wie schnell ist eigentlich mein Anschluss? Wenn ihr das messen wollt, dann sorgt wirklich dafür, dass alle anderen Geräte vom Netz sind. WLAN, Steckdose, Smart TV. Alles bitte runternehmen, wenn es irgendwie geht. Und konzentriert euch nur auf das Gerät, womit ihr die Breitbandmessung durchführen wollt. Denn ihr wollt ja auch wirklich wissen, wie viel da ankommt. Und nicht, wenn da jetzt noch andere Geräte gerade irgendwelche Updates fahren, dann verfälscht das natürlich die Ergebnisse. Deswegen das sicherstellen, dass nur ein Gerät, wenn es irgendwie geht, am Netz ist und dann diese Messung auch mehrfach durchführen. Breitbandmessung ist das Angebot von der Bundesnetzagentur. Es gibt zwei Möglichkeiten zu messen. Einmal mit dem Browser. Das machen weit mehr als zwei Drittel der Menschen. Oder aber mit einer App. Ich empfehle, die App zu benutzen. Denn die konzentriert sich dann darauf, dass man tatsächlich nur misst und nicht irgendwelchen Unsinn macht. Der Browser verbraucht ja auch ein bisschen Datentempo und so weiter. Also lieber die App benutzen. Es gibt eine App für iOS, für Android und auch für Windows- und Macintosh-Rechner. Also für Macs. Ladet die herunter kostenlos natürlich und benutzt die dann. Und wie das dann im Einzelnen ganz konkret aussieht, das zeige ich euch jetzt mal am Computer. Und dann gehen wir die Dinge einfach mal Schritt für Schritt durch. So, und hier ist die Webseite von Breitbandmessung. Ihr könnt schon sehen, ist gut aufgebaut. Und man kann sowohl auf der Browser-Seite, auf der Webseite arbeiten. Ihr könnt aber auch euch Apps herunterladen für den Desktop oder für iOS und Android. Und wenn ihr hier drauf klickt, dann gibt es die Desktop-Versionen. Und naja, hier eben iOS und Google Play. Also es gibt für alle Welten wirklich entsprechende Apps. Und hier seht ihr das. Für Windows gibt es eine, für macOS gibt es eine und sogar auch für Linux, habe ich eben ganz vergessen zu erwähnen, gibt es auch eine Desktop-Version. Und ich lade hier mal die Mac-Version herunter, weil ich hier gerade am Mac arbeite. Und ich empfehle das auch, die Desktop-Version zu laden, weil man nämlich damit sicher gehen kann, dass alles optimal funktioniert. Aber ich zeige es euch erst mal hier in der Browser-Version, später dann auch in der Version für die App-Version. Es gibt auch Möglichkeiten, hier die Funklöcher zu finden und Mobilfunkbereiche und so weiter abzudecken. Das ist auch ein Projekt der Bundesnetzagentur und wird auch hierüber abgewickelt. Aber das soll uns diesmal nicht so sehr interessieren. Viel wichtiger ist erst mal, was wir hier mit der App machen können, um ganz konkret und gezielt die Breitbanddaten zu erfassen, also herauszufinden, wie schnell ist eigentlich euer Internet ganz konkret. Und dafür ist die Breitbandmessung und das, was Breitband da zur Verfügung stellt, auf der Webseite und den Apps ganz, ganz hervorragend geeignet. So, gucken wir mal, welche Funktionen uns angeboten werden, hier auf der linken Seite bei Breitbandmessung. Wir haben zum Beispiel natürlich jede Menge Informationen über die Art und Weise, wie der Test durchgeführt wird. Für alle, die technisch interessiert sind, ist das interessant. Die Bundesnetzagentur steckt dahinter und die hat ein Interesse an Objektiven und möglichst vielen Daten. Die Desktop-App habt ihr schon heruntergeladen, aber wir gucken uns jetzt erst mal die Browsermessung an. Man kann auch mobil testen, wenn man möchte, aber das ist ein anderes Thema. Wie erwähnt, denn das sind natürlich ganz andere Daten und da will man wissen, wie ist die Netzabdeckung von den Mobilfunkanbietern. Auch das lässt sich mit diesem Angebot durchaus erfassen und es besteht auch ein Interesse daran, Funklöcher zu identifizieren. Aber wir gucken uns jetzt erst mal die Browsermessung an. Dafür müssen wir den Zugriff erlauben und auch den Zugriff auf die Standortdaten erlauben, denn Breitband will ja wissen, wo wir uns aufhalten. Das empfehle ich, das einfach freizuschalten. Und ja, die Handhabung ist eigentlich ziemlich einfach. Man kann im Grunde genommen direkt mit der Breitbandmessung beginnen. Das läuft dann im Browser. Man muss aber wissen, dass das nicht ganz so exakt funktioniert wie in der Desktop-App. Also einiger Informationen rechtlicher Natur, was für Daten abgerufen werden. Und dann geht es im Prinzip auch schon los mit der Browsermessung. Drei Daten werden euch angezeigt. Die Laufzeit, die sogenannte Latenz in Millisekunden, in tausendstel Sekunden, sowie Download und Upload. Die Laufzeit gibt an, wie lange die Datenpakete brauchen, um hin und her transportiert zu werden. Bei mir nur vier Millisekunden, weil ich eine Glasfaserleitung habe. Business ziemlich teuer. Lasst euch davon bitte nicht desorientieren. Dann der Download-Wert bei mir 600 Megabit gebucht und der Upload-Wert eigentlich auch 600 Megabit. Aber im Browser wird da nicht ganz dieser Wert erreicht. Das liegt nicht daran, dass ich dann im Augenblick Probleme bei meiner Breitbanddaten habe, sondern es liegt daran, dass der Browser nicht in der Lage ist, so schnell die Daten hochzuschaufeln. Und das ist übrigens ein Grund dafür, nicht immer die Browser-Version zu benutzen, sondern die App nämlich, die ist deutlich schneller. Das werdet ihr nachher sehen. Das ist der entscheidende Wert. Download und Upload, das sind die Daten, die ihr abgleichen müsst mit den Daten und Informationen, die der Provider euch gibt. Der sagt ja immer, Maximaltempo, also bis zu 100 Megabit, 150 Megabit, 1000 Megabit, was auch immer. Und dieses bis zu ist ja ein Trick, um zu erreichen, dass ihr auch tolerieren müsst, dass es mal weniger ist. Und die Upload-Angaben sind meistens in kleinen Zahlen angegeben. Download bedeutet, was ladet ihr herunter? Das ist das, was man normalerweise macht. Upload, das, was ladet ihr hoch? In meinem Fall, ich brauche gute Upload-Werte, weil ich auch Videos hochlade bei YouTube, beim Fernsehsender und so weiter. Die Laufzeit gibt an, wie schnell die Datenleitung ist. Das ist für Leute, die spielen zum Beispiel, sehr wichtig. Eine kurze Laufzeit bedeutet, ich mache was und das Spiel reagiert auch sehr schnell. Und die Spieler, mit denen ich zusammenspiele, bekommen es auch schnell mit. Wenn die Laufzeit sehr hoch ist, ist das Ganze sehr träge. Und für Menschen, die zum Beispiel Games machen oder live irgendwas streamen, alles andere als optimal. Wenn man nur E-Mails lädt, surft, Netflix schaut, ist das nicht wirklich relevant. Das muss man fairerweise sagen. Denn ob es 0,02 Sekunden oder 0,2 Sekunden dauert, bis ein Klick auch ankommt, das spielt nicht die große Rolle. Download- und Upload-Werte, das ist wichtig zu wissen. Und das lässt sich hier mit der Browsermessung wirklich zuverlässig erfassen. Und dann könnt ihr hier entweder ein Screenshot machen oder euch das aufschreiben. Oder ihr könnt das Ganze auch wiederholen, selbstverständlich. Und so werden die Daten dann immer wieder ermittelt. Und ihr habt zu verschiedenen Tageszeiten, an verschiedenen Tagen die Daten und könnt die dann notieren und abgleichen und sehen, wie sich die ganze Sache entwickelt. Und das sind eben wichtige Informationen, wenn man mit einem Provider sprechen muss oder sprechen will, weil die verkaufte Bandbreite nicht tatsächlich angeboten wird. So, ich führe den Test hier nochmal durch, um festzustellen, Aha, Download-Werte sind identisch. Upload-Werte, ihr werdet das sehen, eigentlich 600 Megabit eingekauft. Aber auch hier schaffe ich wieder nur, naja, 70, 80 Megabit weniger. Das liegt daran, nicht, dass ich gerade irgendwo anders Daten hochpumpe. Es liegt wirklich daran, dass ich den Browser benutze. Man kann sich hier aber auch anzeigen lassen, was sind statistische Auswertungen von der ganzen Geschichte. Also man kann sehen, wie steht Deutschland da, wo steht ihr. Das ist, wenn man statistisch und datentechnisch interessiert ist, vielleicht ganz hilfreich. Da könnt ihr sehen, wie das so verteilt ist. Wie viele Menschen haben welche Bandbreite zur Verfügung. Man kann auch einen Jahresvergleich sich anschauen. Verschiedene Farben, verschiedene Jahre. Und man kann schon sehen, dass die Verteilung sich verändert hat. Bedeutet, es gibt höheres Datentempo mittlerweile flächendeckend, auch wenn es noch lange nicht zufriedenstellend ist. Ihr könnt euch auch die offiziellen Jahresberichte herunterladen. Die stehen selbstverständlich auch zur Verfügung. Das heißt also, schon in der Browser-Version gibt es wirklich jede Menge Informationen, die interessant, nützlich und hilfreich sein können. Hier bei den Karten, das kann auch interessant sein. Vor allem, wenn ihr euch für Mobilfunkabdeckung interessiert, könnt ihr sehr, sehr komfortabel auswählen, welche Anbieter, welche Bandbreitenklasse wollt ihr wissen. Dann könnt ihr sehen, wo wird eigentlich was angeboten. Das kann hilfreich sein, wenn ihr vorhabt, den Anbieter zu wechseln. Dann könnt ihr sehen, ist das, was mir angeboten wird, das Maximum? Oder gibt es noch bessere Angebote? Da könnt ihr also auf diese Art und Weise vergleichen und möglicherweise auch einen Providerwechsel, ob Mobil oder DSL, ziemlich gut vorbereiten. Das sind alles Informationen, die dadurch zur Verfügung gestellt werden können, dass Breitbandmessung 500.000 Messungen pro Jahr durchführt. Das ist nicht zwingend repräsentativ, aber auf jeden Fall ziemlich gut. So und so sieht die App aus. Auch hier selbstverständlich Datenschutzbestimmungen, die man sich durchlesen kann und dann bestätigt. Und jetzt gibt es hier eine unterschiedliche Aufteilung. Das ist das Schöne gegenüber der Web-Version. Man kann hier sehr viel präziser und komfortabler arbeiten. Ihr könnt Einzelmessungen durchführen. Dann wählt ihr aus, welchen Anschluss ihr habt. Zum Beispiel Telekom oder was auch immer ihr habt. Seid da ehrlich, denn sonst liefert ihr bei der Bundesnetzagentur die falschen Daten an und das will man natürlich nicht. Bitte wählen Sie den Tarif. Das ist jetzt wichtig, wenn ihr wirklich messen wollt, ob die Daten, die ihr bekommt, auch die sind, die ihr bestellt habt und umgekehrt. Dann wählt ihr hier aus, was ihr für einen Tarif gewählt habt. Also wie viel Megabit sind euch denn versprochen worden? Also sagen wir mal zum Beispiel 50 mindestens. Bis zu, habt ihr ja immer diese Angabe. Da steht dann da bis zu 150 Megabit vielleicht. Das könnt ihr hier wählen. Das ist schon mal cool. Man kann aber auch hier die Tarife direkt auswählen. Die werden hier je nach Anbieter auch angeboten. Das ist super komfortabel. Dann könnt ihr auch sagen, okay, nee, diesen Tarif stimmt, habe ich. Dann habt ihr hier Angaben auch schon voreingestellt. Sollangaben und also Sollangaben für Download. Soll minimal 80, normalerweise 100, maximal 100. Upload minimal 45, normalerweise 50, maximal 100. Dann sieht ihr als Vertrag eine Drosselung vor. Das gibt es im Mobilfunkbereich, aber eigentlich so gut wie nie bei DSL. Da kann man halt sagen, ja, wenn ihr zum Beispiel ab 10 Gigabyte oder so plötzlich, weil ihr nur einen kleinen Vertrag habt, weniger Tempo kriegt, dann muss das System das natürlich wissen. Aber hier könnt ihr fast immer Nein sagen. Dann gebt ihr auch noch die Postleitzahl ein, damit das System weiß, wo ihr wohnt. Möchten sie ihren Standort teilen? Ich sage da mal ja, weil es ist wirklich wichtig, dass die Dienststelle, die Agentur auch weiß, wie es in Deutschland aussieht. Und dann wird umgestellt auf die Webseite. Und es wird gesagt, leider ist der Zugriff nicht erlaubt worden. Das verstehen wir jetzt mal nicht und gehen wieder in die App rein. Und dann geht es weiter. Dann wird die Einzelmessung durchgeführt. Und das habt ihr ja eben im Browser schon gesehen. Die Laufzeit wird ermittelt anhand der Angaben, die wir da gemacht haben. Und die wird euch angezeigt. Und danach Download und Upload. Jetzt habe ich natürlich übertriebene Werte. Ich habe ja zwar einen Tarif angegeben von 150. Das System wird sich gleich megamäßig wundern, was ich für Download und Upload Angaben habe. Aber so läuft das. Erst die Latenz wird gemessen, also die Laufzeit, dann der Download und dann der Upload. Und ihr seht, hier wird es jetzt auch besser als eben noch im Webbrowser. Kann auch daran liegen, dass der Webbrowser nämlich das nicht schafft. Und das ist das Argument, das ich auch gesagt habe. Der Webbrowser ist meistens nicht in der Lage, die Zahlen wirklich so perfekt abzubilden. Und jetzt haben wir hier ein sehr schönes Beispiel. Die App schafft das mühelos, weil das eben kein Browser ist. Also hier habe ich die tatsächlichen Angaben. Und jetzt seht ihr hier, ist natürlich jetzt verzerrt, meine tatsächlichen Angaben und das, was eigentlich soll gewesen wäre. Also übererfüllt, könnte man sagen. Das könnt ihr jetzt sowohl als PDF exportieren, quasi als Beleg von eurer Messung. Und das wird anerkannt, weil es eben eine Breitbandmessung ist. Oder ihr könnt es auch als CSV exportieren, also als Datei, die ihr dann später bei Excel importieren könnt oder in anderen Programmen. Das ist super komfortabel, dass man das machen kann. Also es ist möglich, einen Screenshot zu machen, einen PDF zu exportieren oder auch einen CSV zu exportieren mit diesen Messergebnissen. Ihr könnt das wiederholen, mehrmals am Tag, an verschiedenen Tagen und so ein ganz, ganz offizielles Protokoll anfertigen, mit dem dann die Provider auch umgehen können müssen. Also wenn ihr das nur mit der Hand notiert, dann könnten die das anfechten. Wenn ihr aber jetzt hier mit Breitbandmessung vorgegangen seid und habt das quasi mit offiziellen Amtsstempel, dass diese Daten ermittelt wurden, könnten die höchstens noch sagen, naja, wir zweifeln an, ob das tatsächlich so war. Vielleicht haben da zwei Rechner gleichzeitig gearbeitet. Das ist das Einzige, was sie machen können. Aber ansonsten sind die Angaben alle offiziell. Hier gibt es noch ein paar Detailangaben. Also wirklich, ihr seht, es ist an alles gedacht worden. Man sieht genau das Tempo, wie schnell, wie viel Prozent werden hier erfüllt, mit welchem Computer wurden die Sachen durchgeführt, Desktop-Version, welche Adressen wurden verwendet und vieles andere mehr. Und so könnt ihr dann vorgehen und euch die Tarifangaben auch nochmal anschauen. Den Messverlauf. Der Messverlauf bedeutet, habt ihr, das ist jetzt meine erste Messung, Wenn ihr ganz viele Messungen durchführt, werden die hier alle angezeigt. Jede einzelne Messung wird hier angezeigt. Und von jeder einzelnen Messung könnt ihr auch noch nachträglich PDFs exportieren oder CSVs exportieren. Super, super komfortabel und ein wichtiges Instrument, um die Breitbandmessung am eigenen Anschluss zu monitoren, zu überwachen. Und auch in Zeiten, in denen es gut läuft. Dann könnt ihr nämlich auch nachweisen, guck mal hier, Mai, Juni, Juli, alles tipptopp. Und dann ist es komischerweise eingebrochen. Macht es bitte regelmäßig, auch dann, wenn es gut läuft, damit ihr eine Dokumentation habt. Und wenn es schlecht läuft, natürlich öfter. Das ist klar. Was ihr auch noch machen könnt, sind Kampagnen starten. Das heißt also, da werdet ihr angeleitet, wann wie gemessen werden soll. Zum Beispiel hier 10 Messungen, 30 Messungen und so weiter. Das ist wichtig, wenn ihr halt ein komplexes Bild abgeben wollt. Wenn ihr wirklich zu verschiedenen Tageszeiten an verschiedenen Tagen messen wollt, damit man ein umfassendes Profil hat von eurem Anschluss. Das könnt ihr hier in den Messkampagnen machen und euch dann auch die Ergebnisse anzeigen lassen. Hier sind nochmal Hinweise, was ihr alles beachten müsst. WLAN am PC, Laptop deaktiviert. Also besser LAN statt WLAN. Das hatte ich ja schon gesagt. Ausreichend Leistung der Netzwerkkarte vorhanden. Ja, damit auch wirklich keine anderen Geräte da irgendwas abziehen. Hat der Laptop, wenn er das am Notebook macht, auch Strom? Auch das kann Einfluss haben in der Tat. Wenn der Notebook auf dem letzten Loch pfeift, weil er nur noch drei Prozent Strom hat, dann geht er in den Stromsparmodus und arbeitet nicht mehr mit vollem Tempo. Das muss man wissen. Habt ihr geprüft, dass die LAN-Verbindung auch tatsächlich verwendet wird und nicht das WLAN? Ist die Firmware aktuell im Router? Nun gut, das ist jetzt schon hohe Schule sozusagen. Ihr wisst, dass der Router, das Gerät, mit dem ihr mit dem DSL verbunden seid, auch Software hat. Und da sollte man gucken, dass die auch immer aktuell ist, damit alles optimal läuft. Keine parallelen Anwendungen und das ist das, was ich auch schon erwähnt hatte. Guckt, dass nicht andere Geräte und andere Anwendungen auf dem Gerät parallel laufen. Wenn ihr im Hintergrund gerade ein Betriebssystem-Update ladet, dann bekommt ihr natürlich verfälschte Ergebnisse. WLAN am Router ausgeschaltet. Wenn ihr LAN benutzt, wenn ihr WLAN benutzt, ist das keine gute Idee. Die Energiesparmodi deaktiviert, benutzt ihr einen Notebook und seid im Energiesparmodus, arbeitet der nicht mit voller Power, dann kriegt ihr verfälschte Ergebnisse. Das ist auch wichtig. VPN-Verbindungen ausgeschaltet. In der Tat, wenn ihr ein Virtual Private Network benutzt, ein VPN, mit dem man, was oft sinnvoll sein kann, um die Identität zu verschleiern, den Aufenthaltsort zu verschleiern, die IP-Adresse zu verschleiern und so weiter, um sicher zu surfen. Das kostet aber Tempo. Das müsst ihr abschalten, wenn ihr eine Breitbandmessung durchführen wollt. Das sind also die ganzen Informationen dazu. Dann habt ihr nochmal die Möglichkeit, Tarifangaben zu machen, die Messprotokolle anzuschauen und vieles andere mehr. Also ihr seht schon, diese App ist deutlich besser, umfangreicher, kompakter auch und liefert validere Ergebnisse als die Browser-Version. Aber die Browser-Version ist zur ersten Orientierung zweifellos auch schon eine ganz gute Wahl. Und die Breitbandmessung-App lege ich euch wirklich ans Herz, um regelmäßig zu dokumentieren, wie eure Daten aussehen und damit ihr auch sicher sein könnt, dass ihr das gut dokumentiert habt. Insbesondere dann, wenn der Provider nicht das liefert, was er sollte. Und die Wahrscheinlichkeit ist leider relativ hoch. Die Zahlen haben wir ja am Anfang vom Video gehört. So, jetzt wisst ihr also, wie schnell euer Anschluss ist. Ihr wisst, wie man Messreihen durchführt, wie man das abspeichert, vergleicht und vieles andere mehr. Die Frage, die jetzt natürlich auftaucht, ist die. Was, wenn mein Anschluss zu denen gehört, die halt ein Datentempo versprochen bekommen, sagen wir mal 100 Megabit, aber es kommen nur 60 an. Was ist dann? Dann könnt ihr mindern. Ihr könnt dann mindern, wenn ihr eine Breitbandmessung mehrmals durchgeführt habt, mindestens ein, zwei Tagen zu verschiedenen Zeiten. Und je öfter ihr messt und das dokumentiert mit der App und mit der App geht das ja wirklich einfach, bequem und schnell, umso besser. Wichtig ist dann wirklich, wenn ihr mindern wollt, das mit der Breitbandmessung zu machen, denn das ist quasi ein offizielles Dokument dafür, was ihr für ein Datentempo bekommen habt. Und dann könnt ihr mindern, wie das ganz genau funktioniert, was ihr dafür machen müsst und was dann auch halt dabei herausspringt am Ende. Da hat die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen NRW eine sehr gute Übersicht zusammengestellt. Da erfährt er die ganzen juristischen Hintergründe. Wann habt ihr eigentlich einen Rechtsanspruch und so weiter. Und wie viel könnt ihr zurückfordern und wie müsst ihr das eigentlich machen? Denn keiner will natürlich irgendwie einfach nur mindern und dann das Risiko eingehen, dass die DSL-Dose einfach abgeklemmt wird. Das Risiko will man nicht eingehen. Aber es steht euch das Recht zu und von diesem Recht solltet ihr auch unbedingt Gebrauch machen. Denn eine andere Sprache verstehen die Provider nicht. Wenn wir alle immer nur die Faust in der Tasche machen und uns nicht beschweren darüber, dass das Datentempo, das wir bezahlen, nicht ankommen, dann ändert sich natürlich nichts. Also, auf der Webseite Verbraucherzentrale NRW, das will ich jetzt gar nicht wieder hier herunterbeten, könnt ihr in aller Ruhe nachlesen, was ihr machen könnt. Faustregel ungefähr, wenn ihr dauerhaft mehr als 20 Prozent weniger bekommt, als ihr eigentlich bezahlt, dann habt ihr auf jeden Fall Minderungsanspruch. Und zwar ungefähr pro Prozent Datentempo weniger, ein Prozent der Gebühren weniger. Habt ihr nur die Hälfte des Datentempos, mal jetzt so Pi mal Daumen, dann müsstet ihr eigentlich auch nur die Hälfte bezahlen. Und das Monat für Monat. Lest euch das gerne nochmal durch bei der Verbraucherzentrale und geht den Schritt auch, macht den Druck, der dafür notwendig ist. Und wenn das Datentempo dauerhaft unzureichend ist, das steht auch auf der Seite der Verbraucherzentrale, habt ihr auch ein Sonderkündigungsrecht und könnt dann den Provider wechseln. Natürlich nur dann, wenn ihr die Wahl habt. Ich weiß, es gibt Gegenden und Gebiete, da ist man froh, wenn es einen Anbieter gibt und da kann man nicht wechseln. Wenn man aber wechseln kann, dann macht euch schlau, wie gut das Datentempo da aussieht bei den Alternativen und wechselt im Zweifel. Man kann bei Breitbandmessung auch nachschauen. Da gibt es Statistiken und Angaben, auch regional, wie es mit der Versorgung aussieht. Also ansonsten fragt auch mal Nachbarn, Freunde, wie es bei ihnen in der Praxis aussieht, damit man wirklich kompetent entscheiden kann, wo man hingeht. So, ich hoffe, das hat euch einigermaßen geholfen. Und ihr seid jetzt schlauer als vorher, wisst, wie schnell euer DSL-Anschluss ist und das Video hat euch geholfen und gefallen. Das würde mich freuen, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, ein Abo wie gesagt und kommentiert gerne, was eure Erfahrungen sind mit eurem Breitbandanschluss. Wie ist das in der Welt der Netzkenner, YouTube-Videogucker? Wie ist da quasi die nicht repräsentative Statistik der Erfahrungen? Dann schreibt das gerne auf. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und bleibt bitte neugierig.